namaste nicht mal ich lebe mein leben wer denkt ich ich wer denkt sich das ich aus als identifizierte person personengeschichte ja hier was für ein wunder wieder in diesem körper aufgewacht ich sehe nicht mehr mein gesicht hier ich brauche nichts zu tun denn ich werde getan ich was soll das ich sein welches ich mein ich dein ich meine geschichte von mir mit dieser erinnerung von da an bis hierher wer bin ich ohne meine geschichte ich bin schon vor dem ich was ich bin ist vor dem ich die natur aller dinge das herz der natur der urgrund des herzens die friedvolle stille die immer ruht vor allem was sich bewegt und verändert aber bin ich in der hypnose zu denken da hier bin ich als einer eine kleine einheit und draußen ist eine welt mit der ich mich arrangieren muss ich bin die schlange die auf ihren eigenen schwanz schaut der sich bewegt und denke das ist etwas anderes das ist die welt da draußen aber ich bin das was die welt ist ich bin das was energie ist wenn die sprache verschwindet und der raum sich offenbart in dem die gedanken auf und absteigen können ist alles ist alles wie es ist totales geschehen in dem nichts passiert namaste die und die in die 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 Vielen Dank.